Du hast nichts zu verbergen, dann seh dir mal an, wer alles Informationen von deinem Rechner herunterladen möchte. Und du erlaubst das auch noch, indem du alle Cookies erlaubst, die angefragt werden. Das solltest du nicht tun. Alle Cookies abwählen, auch die, die ein berechtigtes Interesse vorgeben und erst dann auf einer Seite weiter surfen.